Fahne Süd Von dem Fahrzeug Oh, bewaffnet Ah, hab mich überfahren, aber ich hab die Schützen Das klingt nach dem anderen Fahrzeug Ich sehe die Tracer herkommen hinter den Röhren irgendwo, aber da sehe ich nur einen Infanteristen rumrennen Wenn er einen MG hat, einfach mehr Er hat einen MG Jetzt auch noch mehr Ich hätte eine Ural platt gemacht, gezielt Lernen dazu? Ich hab mich wenigstens vom Feind überfahren lassen Was macht der da? Hat sein Vorwurf? Ja echt mal, dich macht nur ein Zivi platt Ein Vorwurf in Richtung der KI Im Sinne von, beim Feind ist das okay, wenn der auf mich zuhält und mich überfährt Aber wenn der Zivi da, was auch immer er getan hat, macht und alles niedermäht Dich Die Hälfte der Mauern Den Vorgarten Dann, äh Dann, äh Ist halt die Frage Was soll der Will der da? Er hat einen Parkplatz gesucht Oder wo der Lkw hingefahren ist, kommt wer her Oh! Wer hat dich so gründlich überfahren, dass du zweimal tot warst? Da kommt ein Feind Der Truck Ja, keine halben Sachen Eber! Komm, ein Lkw über Zivi Okay Okay